Steffi Versatile, so nenne ich mich und meinen Kanal. Warum? Versatile bedeutet vielseitig und so bin ich und so ist mein Kanal. Hier findet ihr wirklich alles mögliche. Vor allem natürlich Beauty und Make-up, da das meine große Leidenschaft ist. Es gibt aber auch viele andere Sachen, wie zum Beispiel Vlogs. Mode und Holz Tier- und Umweltschutz Und natürlich viele, viele, viele andere Sachen. Also wenn dich das alles interessiert, dann solltest du jetzt meinen Kanal abonnieren und auf jeden Fall die Glocke aktivieren, um auch kein Video zu verpassen. Ich freue mich auf dich und deine Kommentare und ich freue mich, wenn du immer jeden Sonntag einschaltest und dir mein neues Video anguckst. Zum reinen Schnuffern kannst du jetzt hier mein letztes Video sehen und hier findest du ein Video, was dich persönlich echt interessieren könnte. Wenn du magst und ich dir sympathisch bin, kannst du jetzt hier gerne abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns und bis dahin. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020